hallo und herzlich willkommen zu so geht in diesem video sind wir mal nicht in der elektrotechnik oder in der mathematik oder irgendeinem erklärvideo sondern ich würde ganz gerne was vorstellen was mich gerade erreicht hat und was ich gerne teilen möchte und dabei geht es nämlich um das lernen zu hause also die ideen sammlung und wenn ich mal ganz kurz was zu sagen es geht also um den zeitraum von unserer krise ja für den bisschen überstehen können und wenn euch das video gefallen hat dann das gerne ein abo da und gibt einen daumen nach oben aber zum video lernen zu hause ja habe ich gerade die mail erreicht bin ich total toll und das möchte ich das auch gerne mal ein bisschen verbreiten und zwar also 2 in niedersachsen werden die abitur auch nach hinten geschoben wie in anderen bundesländern auch das hat mich gerade erreicht und zum anderen eben dass das hier oben nie bis jetzt ist der niedersächsische bildungs server das kürzel auf dem liebes ist jetzt eine ideen sammlung zusammen gestellt worden und veröffentlicht worden ich total toll erreichen tut ihr das ganze unter lernen zu hause punkt nie bis punkte ich pack den link aber unten die beschreibung mit rein und ihr seht zur eindämmung der ausbreitung des corona haben wir die schulen natürlich geschlossen so und kinder und eltern haben nun vorwiegend zu hause oder halten sich folgen zu hause auf ein bisschen einleitender text und jetzt haben die eben tatsächlich mich jede schule hat ja irgendwelche digitalen medien zur verfügung stellen können ich hoffe dass wenn das hier alles vorbei ist vielleicht einen schritt weiter in diese richtung gehen können und dieses ja nicht gute zeichen oder dass das gut nicht gute bild das bildungssystem was gerade haben also der digitale part des bildungssystems das verbessern können aber so ist es jetzt erstmal und dann gibt es hier tatsächlich eine ideen sammler mit ganz vielen sachen also ich drücke oben erstmal drauf wenn ich lernen zu hause punkt nie bis punkte eingeben und einmal drücke wenn ihr weitergeleitet zu dieser mail und euch dann nicht ich habe das nochmal damit wir die link sehen könnt und auf jeden Fall total toll also erstmal hier sind ganz viele materialien und ihr könnt sie eben auch sortieren also hier geht es jetzt eher um ja eigentlich auch für alle oder das können schüler machen das können eltern sehr gut jetzt machen können aber auch natürlich jetzt lehrer machen und dann sagen guck mal dass da wer was jetzt genau so mach mal also vielleicht seid ihr jetzt gerade eltern oder ja ein kind wahrscheinlich nicht aber ihr seid eltern aus dem primärbereich der grundschule 20 sachen schon das ganze ist noch nicht überprüft oder irgendwie sowas na so ob das jetzt um die bildungsstandards abdeckt oder so es geht dass man darum dass das vernünftige sachen sind die man offensichtlich machen kann grundschule und dann habe ich auch nur so eine filterfunktion und kann sagen ich brauche mal alles für eine grundschule und dann seht ihr aha hier ist noch fächer sport deutsch hier was mit internet und pc material lernen und rollenspiele unterrichtsmaterial könnt ihr weiter filtern wenn ihr wollt ihr könnt aber auch einfach hier durchgucken ich gucke jetzt einfach mal ich bin natürlich mathelehrer was ist denn da bei der grundschule an mathematik zur verfügung eltern tipps um mathe lernen und das deutsche zentrum für lehrerbildung mathematik der technischen universität dortmund ihr seht hat also auch nichts ausschließlich mit niedersachsen zu tun kann man da reinklicken wenn man dahin umgeleitet und kann mal schauen und diese materialien eben nutzen ich finde das toll also ich muss ganz ehrlich sagen ganz dolle begeistert dass sich jemand da die mühe gemacht hat denn es gibt so viele initiativen wo leute irgendwie jetzt anderen menschen helfen warum soll das die bildung nicht auch machen ob ihr hier was finden könnte ich gehe mal wieder zurück und wenn ihr sagt nee ach das war ja gar nicht primärbereich ich bin total falsch dann macht ihr zurücksetzen und sagt nee das waren wirklichkeit erwachsenen die elementare das auch die grundschule und ich kann die elementar bildung gibt es aber achten dass dasselbe passt aber vielleicht auch hier selbst lernen zu hause gucken wir mal was die da noch bieten learning apps und wie ich das hier lese ich wird das auch weiterentwickelt das kann man natürlich den schluss daraus ziehen in niedersachsen an heute den letzten schultag hätten wir denn noch schule gehabt und danach sind ferien wenn so ein aufwand getrieben wird wer weiß ob es nach den ferien weitergeht ist aber reine spekulation was ich hier sage aber wenn solche sachen gemacht werden abis verschoben werden ja denkt euch euren eigenen teil okay ich würde ganz gerne heute ganz gerne dafür werbung machen für dich toll gucken ob wir das nutzen können schreibt mal bitte in die kommentare ob das überhaupt was für euch ist das ist ja auch mal ganz interessant ob das überhaupt menschen interessiert lehrer interessiert eltern interessiert schüler interessiert und ich würde sagen für dieses video soll es auch schon wieder gewesen sein ich hoffe es hat euch gefallen und ihr schaut mal wieder rein